Ja, meine Eseln und ich, also der Martin, der Lucky, sind heute auf einer besonderen Mission unterwegs. Vorige Woche habe ich ein Interview gemacht für meinen Podcast mit der Laura Horvath und ihr Mama geht mit ihren Alpakas und Lamas in Pflegeheime. Und ich habe mir dann überlegt, was ich machen könnte in dieser Richtung. Und ja, Moritz kann nicht mehr so richtig gehen, wäre auch nicht geeignet. Ja, aber ich habe Eseln, die total zutraulich sind, die gerne wandern und gerne gehen. Und deswegen habe ich das Pflegekompetenzzentrum in Weppersdorf angeschrieben und eine Mail geschickt, ob sie Lust haben, dass ich mal vorbeikomme mit den beiden. Vollkommen unkompliziert. Einfach mal schauen, was passiert. Ob sie dort noch ein bisschen Freude reinbringen können. Ja, und das probieren wir jetzt aus. Bin schon total gespannt, wie es ist. Ich werde berichten.